Hallihallo, Grindhouse Gaming hier mit einer weiteren Folge Stardewally. Wie in der letzten Folge erwähnt, aber nicht am Ende, sondern mittendrin irgendwann, habe ich gesagt, wir gehen heute dran und schauen nach dem ganzen Zeug auf den Feldern, was wir brauchen zum Kochen. Da ist einiges ready, das werden wir machen und wenn wir damit fertig sind, werden wir gucken, ob wir Louis irgendwo finden wegen seinem Geburtstagsgeschenk. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, schenke ich es jemand anderem oder futter es selber, weil er ist ja auf 10 Herzen, ist ja kein Problem. Ja, das ist der Plan, ich bin auch schon gut dran, weil ich habe, also das ist nicht der ganze Plan, ich bin eigentlich noch am Reden, aber ich sabotiere mich schon wieder ein bisschen selbst, ist schön wie immer. Wenn das erledigt ist, weil das wird nicht die ganze Folge dauern, schätze ich mal, dann werden wir nochmal in die Mine gehen und nach dem Eis-Pip angeln, denn ich habe recherchiert und nichts gefunden, was mir im Weg stehen würde mit dem Eis-Pip. Von wegen, dass der nur irgendwie, keine Ahnung, in der normalen Mine auftaucht und nicht in dieser verbesserten Quee-Mine oder wie man die nennen soll. Ich habe nichts gefunden, ich habe auch schon mal ein paar Leute befragt und auch schon Kommentar erhalten, wo drin stand, das ist eine gute Frage, keine Ahnung, musst du probieren. Also, wenn es wirklich niemand bis jetzt weiß und ich bin ein bisschen ungeduldig, ich will nicht unbedingt warten, bis ihr mir alle antworten könnt, deswegen probiere ich es einfach nochmal. Wenn es nichts wird, wird es nichts, wenn es was wird, dann haben wir den Eis-Pip. Aber ich habe auch, also ich habe in dem YouTube-Video geguckt, ob ich auf der richtigen Ebene bin, aber ich glaube Ebene 60, da kann man nicht viel falsch machen. Da habe ich einen Kommentar gesehen, da hat einer drunter geschrieben, jo, du Glückspilz, hast es beim dritten Auswurf der Angel geschafft. Ich habe mittlerweile 58 Mal die Angel reingeworfen oder so und habe keinen einzigen und dachte schon, ich mache irgendwas falsch. Von dem her ist der wohl auch nicht so kommen, dass der wirklich die ganze Zeit auftaucht. Wir probieren es, wir probieren es, liebe Leute, wir werden es einfach probieren. Das wird schon irgendwie, glaube ich. Bis jetzt hat hier alles einigermaßen funktioniert in diesem Spiel. Ist doch schön. So, die Türe, wie man gesehen hat, funktioniert auch noch. Immerhin. Schön. Sehr schön. So. So, Lele. Gebt mir mal eure Trüffel. Trüffel, 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 Trüffel. Und rein in den Stall, wie auch immer. Ich mich da kann, warum die Ecke glitschern. Aber es hat funktioniert. Ja, ich kann Dinge, die kann ein anderer Bauer eventuell nicht. Mich von der Ecke in die Tür reinglitschen. Das will gelernt sein. So, dann gucken wir mal. Wir haben den Knoblauch. Perfekto. Der ist ready. Die Tulpen, die ich nicht brauche, die Pastinacken sind ready. Oh, ja, da brauche ich eine Sense. Ich weiß. So, jetzt ist Sense mit der Sense. Das kommt mal weg. Das war das Wuchhane Unkraut wahrscheinlich. Gut, dann haben wir hier noch den, lass mich spicken, Rhabarber, Blumenkohl, Blue Jazz und Bohnen. Perfekt. Schön. Dann steht dem Kochen bald nichts mehr im Weg. Doch, einiges. Leider. Ich brauche noch aus so gut wie jeder Jahreszeit irgendwas. Da steht doch noch ein bisschen was im Weg. Aber es wird. Und bevor wir jetzt gleich losgehen, ist mir auch eingefallen, wenn ich schon vom Kochen habe, ich muss noch mal an den Fernseher. Ich muss noch fernsehen. Die Königin der Soßen. Heute ist Sonntag. Mal gucken, ob es ein neues Rezept gibt. Jetzt gucken wir mal. Die Tulpen können weg. Die brauche ich ja nicht. Den Rest nehme ich erst mal mit rein. Die Nase juckt wieder. Sehr schön. Jetzt muss ich mal ganz genau gucken. Passt die Nake zweimal. Dann behalten wir den Vierer-Stack mal zur Sicherheit. Grünkohl 2. Dann behalten wir den Dreier-Stack. Was ist das nächste auf der List? Ich sehe es nicht. Kartoffeln zweimal. Dann behalte ich den Fünfer. Und Knoblauch zweimal. Dann behalte ich das. Ja. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Gut. Und der Rest wächst. Dann kommt der Rest jetzt in die Kiste. So. Zack. Boom. Alles weg. Alles verkauft. Sehr schön. Und ich habe vergessen, Pferden zu sehen. Sehr schön. Grab nochmal rein in die gute Stube. So. Se. Grüße. Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem Geheimkochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Gemüsepfanne. Der perfekte Weg, um etwas gesundes Grünzeug auf deinen Teller zu zaubern. Schwitze das Gemüse in etwas Sesamöl an und wirf eine Menge frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Oh. Das ist gut. Du weißt bereits, wie man Gemüsepfanne macht. Ja. Ist nicht so wild. Hauptsache. Hauptsache wir waren wieder am Fernseher. Wir haben wieder die Kochsendung geschaut. Das ist schon mal die halbe Miete, dass ich es nicht vergessen habe. Jetzt gucken wir, wo Luis ist. Und dann gehen wir nochmal zurück und machen uns am besten noch einen Köder. Ich habe gerade geguckt, ich habe keinen mehr an der Angel. Das ist perfekt. Das ist 1A Spiezyklus. So. Gucken wir nochmal, ob er daheim ist. Ist er nicht. Wo ist der Sepp? In der Kneipe ein Sauflangebuss. Sagt auf der Ingwerinsel vielleicht. Oder im Gemeinschaftszentrum. Aber ich gehe jetzt erst diese Dinger machen da. Diese Fallenköder. Oder wenigstens einen holen. Oder wir machen ein paar. Wir machen ein paar. Ist glaube ich besser. Und dann schauen wir im Gemeinschaftszentrum und gehen Richtung Mine. In die Abenteuergilde muss ich auch noch einspicken. Wie es da ausschaut. Ob wir da irgendwo vielleicht die Mumien. Die Minions. Die Minions? Die Mumien eventuell irgendwann mal weiter voranschreiten. Kupferbahn und Harz. Jo. Habe ich. Äh. Und äh. Äh. Harz wird knapp. Habe ich nicht genug. Schön. So. Harz rein. Das Ding an die Angel. Das andere Ding ins Inventar. Perfekt. Dann haben wir eins auf Vorrat. Ich schätze zwar mal nicht, dass wir das Ding kaputt angeln heute. Aber man kann ihn nie wissen. Man kann ja nie wissen. So. Und da habe ich glaube ich alles erledigt. Ich habe die Kochsendung geguckt. Ich war bei den Tieren. Ich habe das Zeug von den Feldern gerissen. Jetzt müssen wir nur noch Louis finden. Der Levis. Ich muss mit dem Louis die Leviten lesen. Ja der war schlecht. Ich weiß. Ne. Wir müssen Louis sein Geburtstagsgeschenk übergeben. Der könnte eigentlich hier stecken. Ja. Sitz glaube ich im Tresorräumchen. Hier ist leer. Ja. Schön. Ja klasse. Dann ist er vielleicht auf der Ingwerinsel der Gute. Dann werde ich es wahrscheinlich selber essen. Es macht ja nichts. Wir haben ihn auf 10 Herzen. Da passiert eh nichts mehr. Aber ich dachte es war als nette Geste. Weil er ist ja ein super toller Bürgermeister. Aber dann futtere ich das Zeug einfach selber. Oder ich gebe es Linus. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Wenn mich die Leute nur für das akzeptieren können. was ich bin. Ich mag es hier draußen in der frischen Luft zu leben. Das können sie nicht verstehen. Okay. Hier ist mein Schwert. Nein. Doch. Also Linus. Ich verstehe dich. Ich feiere dich. Und ich finde es cool. Dass du jetzt auf Leo aufpasst. Eine kleine Ersatzpappe für Leo. Ist doch schön Mensch. Grüße. Ja moin. Lasst mich gucken. Seht ihr das? Wir haben fast Halbzeit bei den Mumien. Die Pfefferrecks werden relativ einfach. Also wenn wir eine Ebene finden. Stehen da mehrere rum. Ja gut. 36 ist jetzt auch noch eine Zahl. Aber kriegen wir hin. Schlangen finden wir eh immer. Die Mumien sind wahrscheinlich immer noch das größte Problem. Das Zeug haben wir zum Glück schon geschafft. Ja. Sehr schön. Hast du noch was für mich? Komm wieder wenn du mir was zu zeigen hast Kind. Okay. Dazu musst du deine Augen öffnen. Sonst kann ich dir nichts zeigen. So. Ich zeige dir wo du Baden musst holen. Gell. Entschuldigung. So. Ab geht's. Üben ist 60. Gucken wir mal ob wir was geangelt kriegen oder nicht. Bin mal gespannt wie Flitzebogen. Und ich hoffe mal dass der nicht an der Angelusen abhaut. Ich weiß nicht wie schwierig der ist. Mhm. Das will ich nicht. Ärgerlich. Diese Zeitung. Ich sag's euch. Durchweichte Zeitung. Der Algenangler ist wieder da. Ne. Wer kennt die nicht? Den legendären Algenangler. Der nix anderes außer Algen da rausreißt. Oh. Das ist wahrscheinlich kein Glaswälz. Danke. Vielen Dank. Ja das. 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 Ja. Die Folge ist damit beendet. Ich bin raus. Das ist ja jetzt schon fast lächerlich. Also das ist ja. Das. Das ist übel. Das ist jetzt richtig übel. Gut. Lasst mich gucken. Fische. Da haben wir noch den Oktopus. Der ist Sommer. Die Legende. Das ist der. Ist das die Goldmakrele glaube ich. Im Sommer. Die Krabbe. Und der Blobfisch. Und der Blobfisch ist Nachtmarkt. Die Krabbe. Das heißt. Wir gehen jetzt. Aber ich glaube wir nehmen das Pferd. Das sind wir ewig unterwegs. Wir gehen an den Strand. Und gucken in die Krabbenreusen. Die muss ja in den Krabbenreusen drin sein. Und damit wir das vielleicht beschleunigen können. Könnten wir eventuell noch welche machen. Holz und Eisenbahn. Hätte ich. Also könnte ich machen. Ich glaube so viel Eisenbahn habe ich nicht auf Lager momentan. Aber. Wir gucken jetzt erstmal. Wenn ich Glück habe ist eine drin. Dann ist das auch vom Tisch. Weil angeln kann man die nicht. Das ist echt nur Krabbenreuse. Aber ich muss da eh reingucken. Weil ich brauche ja glaube ich auch noch. Eine Garnele. Oder zwei. Garnele zweimal steht auf der Liste. Aber eine habe ich. Also eine fehlt glaube ich noch. Das heißt. Wir müssen sowieso. In die Krabbenreusen gucken. Komm mir was wolle. Komm steh es was es wolle. Frau Holle. Wieso habe ich es überhaupt gesagt. Es tut mir leid. Es tut mir leid Leute. Bitte. Hört einfach nicht so genau hin. Hier kommt manchmal so viel Schluss bei rum. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Herzmuschel. Wiesmuschel. Strandschnecke. Ne. Die steht nicht drauf. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber das macht nichts. Die werden einfach nachgefüllt. Und dann gucken wir wieder mal rein. Morgen hoffentlich. Also. Ich hoffe. Ich denke dran da rein zu gucken. Ja. Kann man auch bei mir nicht wissen. Bisschen speziell manchmal. Was das anbelangt. So. Jetzt gehen wir noch ganz kurz zum Zauberer. Ich will mal was gucken wegen diesen Obelisken. Wie gesagt. Der Zettel mit den Obelisken ist verschwunden. Ich weiß nicht wo der ist. Ähm. Deswegen muss ich noch mal genau gucken. Ob wir da schon irgendeinen bauen könnten davon. Irgendwann müssen wir sie eh bauen. Und jetzt habe ich ein bisschen Kohle auf der Seite. Also von dem her. Attacke. Schauen wir ob wir überhaupt irgendwas dafür haben. Kann ja sein dass wir nix haben. Oh Sadelle. Lass mich mal gucken. Sardine. Ne Sardine ist drauf. Sadelle nicht. Jo. Gut. Dann nicht. Aber Plump Pudding. Den kann man Chess schenken. Den nehmen wir mit. Bergarbeiter leckerbissen. Oh. Nö. Nö. Ich komme ganz gut zurecht mit meinem Kaffee. Und meinem. Keine Ahnung. Ich habe vergessen wie es heißt. Äh. Würzgenaal. Genau. Sag ich doch. Die ganze Zeit. So. Aber den schenken wir Chess. Vielleicht finden wir sie. Heute glaube ich nicht mehr. Ist 17.30 Uhr schon. So. Moin Meister. Lass mich mal gucken. Ach. Das wäre easy. Iridium Bahnen könnte ich locker machen. Erdkristall habe ich sowieso. 10 Venusmuschel. 10 Korallen könnte ich auch schon fast haben. Kokosnüsse und Kaktusfrüchte. Da muss ich. Da muss ich mal in der Wüste sammeln gehen. Das wird wahrscheinlich am schwierigsten. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. 10. 15. 35. 45 Iridium Bahnen. Da könnten wir mal damit anfangen. Das ist eine Hausnummer. Da müssen wir. Da gehen wir dran. Ich schmeiße jetzt einfach ein bisschen Iridium in die Öfen. Da machen wir uns mal irgendwie 50 Bahnen. Da haben wir auch wieder ein bisschen was auf der Seite. Ja. Und dann gucke ich mal nach den 10 Erdkristallen und nach dem Korallenzeug, was ich da schon auf dem Lager habe. Ich habe ein bisschen was gesammelt schon. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was halt. Ja. Das muss ich halt wegen Jazz muss ich daran denken. Ich behalte das mal da oben in der Leiste. Das ist ja ein geliebtes Geschenk, soweit ich weiß. So. Stöckchen. Das kommt weg. Das bauen wir alles nicht. Der Eispip. Tschüss. So. Weg damit. Weg. Ich will ihn gar nicht mehr sehen. Entschuldigung. Nein. Ja. Wir haben ihn gefangen. Das ist die Hauptsache. So. Ja. Wir haben auf jeden Fall genug Iridium Erz für die Sache, hätte ich behauptet. Das dürfte definitiv genug sein. Welche Barren habe ich denn schon? 14. Mhm. Das heißt. Lasst mich gucken. Ja, Erkressor habe ich. Das andere Zeug, da habe ich 10. Und ich habe keine. Ich habe das falsch gesammelt. Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Steht da Mies. Miesmuschel eine. Zum Kochen. Pass mal auf, du. Die nehmen wir gerade mit. Schön. Die nehmen wir doch gleich mit. Hey. Sag mal. Remy nicht um. So. Miesmuschel. Ist das Miesmuschel? Ich glaube, das steht da. Mies. Habe ich geschrieben. So in etwa. So. Das hätten wir. Das hätten wir. Ach so. Die Krabbe steht beim Kochen auch drauf. Gut. Strandschnecke. Oh Gott. Also eine Garnele, ein Hummer. Hummer haben wir. Garnele fehlt eine. Ja. Ich glaube, wir gucken doch nochmal, ob ich ein paar Krabbenreusen machen kann. Wir brauchen da wohl ein bisschen mehr Zeug noch. Schauen wir mal, ob ich so viele Eisenbahnen gerade da habe. Vier Stück. Das ist ja perfekt. Das langt ja vorne und hinten nicht. Drei für ein. Oh. Come on, man. Dann machen wir auf jeden Fall eine mehr. Eine mehr erhöht die Chance um eins. Quick Math an der Stelle. Ne, ist ja so. Wenn wir jeden Tag eine Krabbenreuse mehr befüllen, haben wir ein Platz mehr die Chance, etwas daraus zu kriegen. Ja. So ergibt sich das für mich. Die stecken wir jetzt dann auch gleich da mittens Wasser und nicht erst morgen. Sonst vergesse ich es wieder. Ich muss mal überlegen, was wir morgen machen. Ich muss mal gucken, dass Regentotem. Vielleicht lassen wir es morgen regnen und dann gehen wir und gucken, ob wir die Legende fischen können. Aber diesmal mit dem Meerschaumpudding. Das könnten wir probieren. Ob wir es hinkriegen, weiß ich nicht. Aber probieren können wir es trotzdem. Dann muss ich den nur noch rechtzeitig herstellen. Aber das dürfte kein Problem werden. Wir sind ja dann auch gleich wieder daheim. Ne, Willi? So, pass mal auf, Kerl. So, rein damit und Abflug. Schön. Ja, ist ein bisschen eine wilde Folge. Wir machen heute einen Haufen kleine Kleinigkeiten. Aber halt nur kleine Kleinigkeiten. Keine größeren Kleinigkeiten. Sonst wären es wahrscheinlich auch keine Kleinigkeiten. Das tut mir leid. Das tut mir wieder sehr, sehr leid. Insgeheim, wisst ihr, insgeheim tut es mir gar nicht leid. Ich mache nur so, als würde es mir leid tun. Ich labere gern Stuss. Punkt. So, Frau, jetzt aber heim. Mensch, ist schon spät. Gucken wir auf den Wecker. So, das hätten wir geschafft. Die Frau hätten wir auch zusammen gestaucht. Damit sie bloß pünktlich heimkommt, die Gute. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, Kiefernteer war es. Kiefernteer 5. Ein Trüffelöl, ein Hartholz. Eins Hartholz. Und einmal Dingenskirchen. Trüffelöl. Ist ein ganz komisches Rezept für Regen. Aber es scheint zu funktionieren. Deswegen vertraue ich einfach mal auf die hohe Kunst des Totembaus an der Stelle. Das habe ich hier sehr gut platziert. Das Pferd auf jeden Fall merke ich gerade. Trüffel packen wir noch ein. Die bringen wir noch rein. Und dann gehen wir auch noch mal schnell in den Kuhstall. Das hätte ich gesagt, machen wir so. Alles rein. Eins raus. Herstellen in die Leiste. Und aktivieren. Kabumm. Wolkentürm sich in der Ferne. Hoffen wir es mal. Also ich hoffe jetzt mal, dass morgen kein Feiertag ist. Weil an Feiertagen kann es nicht regnen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hä. Ne, am 9. ist glaube ich, ne. Ich habe ja heute auch gar keine Post bekommen. Das heißt, es kann eigentlich morgen gar kein Feiertag sein. Vorm Feiertag kriegt man immer ein Briefchen. Jo. Ist jetzt auch halb so wild. Wir gehen jetzt ins Bett. Wir gehen jetzt ab ins Nisch. So. Die Frau ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch da. Lea war ja auf dem Heimweg. Oh mein Gott. Leute. Warum sagt mir das keiner? Oh mein Gott. Das wäre jetzt fast wieder nach hinten losgegangen. Ich gucke die ganze Zeit auf den Kalender. Das ist der siebte. Das ist der siebte. Ja, ja, ja. Ja, Gewächshaus vergisst er erstmal wieder komplett. Schön. Das war knappe Kischt. Das kriegen wir aber gerade noch hin. Wir müssen ja nichts anpflanzen. Wir müssen nur ernten. Holla die Waldfrau. Wir haben heute halt auch echt viele Kleinigkeiten gemacht. Und wieder einigen Fortschritt erreicht. Und erzielt. Wir haben beinahe das ganze Frühlingsgemüse zum Kochen aus dem Boden gerupft. Also beinahe die Hälfte in etwa. Wir haben den Eispip gefangen. Einfacher als letzte Folge. Auf jeden Fall. Und ich habe mir komplett umsonst einen Kopf gemacht. und Recherche betrieben. Schön. Ja, wir haben das Gewächshaus wieder abgeerntet. Also wir sind gerade dran. Weil ich es beinahe vergessen habe. Jo, was haben wir noch gemacht? Wir lassen es morgen regnen. Und hoffen, dass wir die Legende nochmal finden. Also. Wie gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ob es was wird, ist fraglich. Vielleicht regnet es auch gar nicht. Es steht ja nur da, dass die Chance erhöht wird. Benutzen, um die Regenwahrscheinlichkeit am nächsten Tag stark zu sein. zu erhöhen. Stark zu erhöhen. Aber da steht nicht 100%. Jetzt hopf, jetzt hupf mal ins Bett und gucken nach. So, Katze da, Frau ist da. Hätte ich gesagt, gut's Nächtele. Das juckt. Sehr schön. Jo. Ja, kohletechnisch ging auch wieder was. Ist aber so hell der Bildschirm. Ja, da ging gut was. 10.600 für die Iridium Mayo. Krass. Nicht schlecht. So, der achte Tag im Frühling. Und. Es regnet. Perfekt. Ja, perfekt ist das Mensch. Sehr schöne Sache. Dann wisst ihr ja Bescheid, was heute abgehen wird. Dann probieren wir uns heute nochmal an der Legende. Meerschaumpudding habe ich. Fallenfischköderersatz habe ich. 633 Köder an der Angel habe ich auch. Dürfte. Naja, ich weiß nicht, ob es klappt. Dürfte hinhauen, dass wir da wenigstens das Vieh an die Angel kriegen. Nachdem der Winter vorbei ist, können wir uns auf viel produktives Wetter freuen. Knutsch. Das sagt sie am Regentag. Okay. So, liebe Leute. Oh, wir müssen morgen aber auch, oder, ja doch, morgen noch ein bisschen was auf der Farm auch erledigen. Aber das kriegen wir hin. Ich bin jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für unseren Support. Das ist ja die megamäßig aller geilsten Menschen, die es gibt, ne? Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Jeden Tag ein Stückchen geiler werden einfach. Ich bin jetzt aber raus. Ich schleim nicht länger. Wie gesagt, morgen, oder, ja doch, morgen, in der morgigen Folge, am heutigen Tag im Spiel, probieren wir uns nochmal an der Legende. Ob es was wird, fraglich. Aber wir probieren es, weil wir können sie ja nur im Frühling fangen. Deswegen sollten wir da schon ein bisschen dranbleiben, ne? Also, geile Zeit. Ich bin raus. Bis morgen. Tschau, tschau. Tschau, tschau.